Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Und wo ich heute bin, erzähle ich euch natürlich erst nach dem Intro. Im schönen Taunus bin ich. Hier im Wald von Königshoven. Nicht mehr in Kroatien, nicht mehr im Ausland. Sondern jetzt wieder in good old Germany. Es ist ganz schön warm hier, Mann um Mann. Aber, kriegen wir hin. Das Problem ist, hier ist sowas von Allergiescheiße wieder angesagt, seit ich in Deutschland wieder bin. In Kroatien war alles viel besser. Keine Reaktion, kein Asthma, keine Allergie. Aber in Deutschland, Kacke. Ich muss wieder auswandern. Ich muss auswandern, definitiv. Ich muss wieder weg. Naja, ich laufe erst mal weiter, bevor ich mich hier verlabere. Zirka sechs Kilometer habe ich hinter mir. Und es läuft ganz gut. Beine sind ein bisschen schwer. Irgendwie Deutschland ist nicht so mein Pflaster. Aber alles schön. Schaffe ich schon. Wollte mal kurz Zwischenmeldung geben. Die 10 mache ich heute voll. Alles super. Und wenn ihr auch lauft oder irgendwie Sport macht, schickt mir mal ein Foto. Schickt mir mal ein Video. Ich bin das in meinen Sportvlog ein. Dann zeige ich, hey, der Markus, der Markus macht Sport. Schaut mal alle hin. Sowas halt. Ich bin gespannt, ob sich einer meldet. Und 10 Kilometer hinter mir. Knapp über eine Stunde. Super. Ich stehe wieder in meinem Auto hier. Ja. Und es reicht für heute. Alles gut. War schon ein bisschen heiß. So ein bisschen was anderes, als wenn man am Meer läuft. Die 10 Kilometer bei der gleichen Temperatur. Logisch, ne? Aber alles gut. Ich freue mich auf eure Einsendung in Bezug auf euren Sport. Ich bin gespannt, wer sich meldet. Und wir sehen uns beim nächsten Sportvlog. Tschüss. Mit Sophie. Mit Sophie.